Wir alle haben als Kind Tarzan geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Wir alle sehen Tarzan als herzensguten Menschen, der von Affen aufgezogen wurde. In dieser Szene schwingt sich Tarzan von Liane zu Liane. Habt ihr das gerade gesehen? Ähm, hallo? Ich hab's jetzt an der besten Stelle pausiert. Wir zählen. Ein Fuß, zwei Füße, eine Hand, zwei Hände. Mit was hält er sich fest? Im Internet kursiert folgende Theorie, und zwar, dass er sich mit seinen Arschbacken festhält. Ach du Scheiße. Das bedeutet, Kim Kardashian kann einpacken gehen. Tarzan hat die stärksten und größten Arschbacken der Welt. Jetzt macht endlich das Pluswerk und folgt mir auf Insta, damit ihr nichts verpasst. Und schickt mir da eure Theorien.